Was Weihnachten ist, das haben wir fast vergessen. Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. Weihnachten ist mehr als Lärm und Kaufen, durch neunbeleuchte Straßen laufen. Weihnachten ist Zeit für die Kinder haben und auch für Fremde mal kleine Gaben. Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken, Weihnachten ist mit dem Herzen denken. Und alte Lieder beim Kerzenschein, so soll Weihnachten sein.